So, liebe Leute, wir schauen uns heute den nagelneuen Battle Pass für Diablo Immortal an. Und dazu gehen wir erstmals in den Shop rein. Und unter Dienste könnt ihr dann sehen, ein mächtiger Battle Pass sieht so aus. Und ein mächtiger Battle Pass des Sammlers. Da bekommt ihr das, was ich mir geholt habe. Kostet aber 14,99. Dann habt ihr so einen Portal Aspekt der Gerechtigkeit. Und ihr bekommt so einen Rahmen. Das schauen wir uns gleich mal an. Da oben, wenn ihr hier runter geht unter Rahmen, dann seht ihr Rahmen Aspekt der Gerechtigkeit. Ihr seht, ich habe schon einige Rahmen gesammelt. Boah, kann man machen. Ist aber natürlich Geschmackssache. Was bekommt ihr noch? Ihr bekommt natürlich auch bei dem normalen Battle Pass, nenne ich das mal. Diese Waffe als Skin sieht schon nice aus, wie ich finde. Thema, wie man schön sehen kann, ist ja Tyrann. Soweit ich das jetzt richtig, äh, ne, nicht Tyrann. Teil, Tyrial. Tyrial, der Erzengel, Tyrial. So. Das sieht man schön. Mit den ganzen Farben leuchtet Erzengelfarben mäßig. Ja. Was ich als Skin aber irgendwie noch feiere, äh, kann ich euch mal ganz kurz zeigen. Da ist es ja, ne? Horatisches Vermächtnis. Ich feiere diesen Skin. Unangenehm. Also mega. Rüstung, Blutschwur. Aber ich trage jetzt mal das, damit wir das nämlich sehen, wie das nämlich aussieht. So wird das nämlich aussehen. Dasselbe ist natürlich, äh, mit der Klinge. Wenn ihr Blutschwur macht, habt ihr so voller Blut. Ne? Das war ja letzte, letztes, äh, letzten Monat so. Und. Das ist dieses Thema. Ihr seht an dem, an dem Schild und an seiner Waffe. Das finde ich auch geil. Horatisches Vermächtnis. Sieht auch schon nice aus, ne? So mit dem Auge. Aber wie gesagt, jetzt ist das dran. Schauen wir uns an. Und, ähm, ich würde sagen, wir gehen jetzt schnell mal rein. Und schauen uns natürlich den Battle Pass an. Wenn ihr natürlich das größere gekauft habt, wird sofort 14 Ränge frei. Schauen wir uns mal von vorne an. Gehen wir erstmal auf die Gratis-Seiten. So, ihr bekommt Schrottmaterialien. Ihr bekommt, äh, Hilt. Ihr bekommt, äh, magischen Staub. Und so weiter. Und natürlich ein Emblem. Legendäres Emblem. Legendäre Edelsteine. Hier bekommt ihr eine Rüstung. Die ist 350. Und zwar trage ich die auch. Das ist das hier. Sicherer Kurs. Schaden 350. Ich glaube, die Werte ändern sich. Aber ihr bekommt, je nachdem, was ihr spielt, 80% Beharrlichkeit. Genauigkeitswertung um 9%. Schaden von Primarge um 6% erhöht. Finde ich echt gut. Nur müsst ihr natürlich gucken, was ihr denn als Legendär habt. Bei mir ist zum Beispiel Schaden von Skelettenmage um 10% erhöht. Was ich jetzt machen möchte und warum ich mir diesen Battle Pass geholt habe, Leute, ist, ich will was testen, Leute. Und zwar wird ja jetzt gesagt, dass man, wenn man einen Magiefund hat, ich habe 10%. Denn wenn ihr Battle Pass holt, kriegt ihr Edelsteine. Und wenn ihr die alle insgesamt einsetzt, was ich hoffe, dass es natürlich klappt, muss ich gucken, ob das wirklich klappt, dann kriegt ihr 30% mehr Magiefund. Das wäre echt krank. Dann hätte ich einen Magiefund von 40%. Wozu ist Magiefund, liebe Leute? Magiefund ist da, um die Schanze, dass magische oder seltene oder legendäre Gegenstände von Monsterfallen, Leute. Im Moment merke ich davon nichts. Um das natürlich zu erhöhen, könnten wir natürlich, wir schauen uns gleich den Battle Pass an, könnten wir natürlich auch was umändern und zwar beim Paragonsystem, Leute. Aber es streiten sich sehr viele. Ich bin jetzt rübergegangen nochmal zum Bezwinger. Ich habe auch alles mir aufgeschrieben und verglichen. Und zwar geht es darum, Bezwinger und Schatzsucher. Beim Bezwinger, Leute, da kriegt ihr sehr viel Schaden und Potenzial, wenn ihr Gegner erledigt und macht. Desweil bekommt ihr nur beim Bezwinger 5 tiefere Taschen. Also Inventarzeilen werden erweitert 3x und das jeweils 5x. Das kostet alleine schon 10€. So, müsst ihr gucken, was ihr nehmt. Euer Zorn erhöht sich. Und jetzt gehen wir rüber zu Schatzsuchern. Was natürlich für uns für Magiefundleute wahrscheinlich sehr, sehr, sehr gut sein wird später, wenn die das natürlich verbessern. Hier bekommen nämlich 50% mehr Beute von Elitemonstern und so weiter. Und hier, ihr erhöht die von Schatzfund und Glück gewährten Bunni von 50 auf 75%, liebe Leute. Plus, wir kriegen mehr Gold, wenn wir das machen. Die Kugeln, die interessieren mich nicht wirklich. Ja, aber das ist das eben. Mehr Beute, mehr Schatzfund, mehr Gold. Ob das sich natürlich dann auswirkt, wenn wir natürlich Magiefund erhöhen, weiß ich nicht. Plus 50% mehr Erfahrung von Elitemonstern. Aber das ist ja nicht heute das Thema. Heute das Thema Battle Pass. Zeige ich euch weiter, was gratis da oben existiert. Hier kriegen wir nochmal ein legendäres Emblem. Finde ich gut. Nur irgendwie, ich wünsche mir ein bisschen mehr als nur legendäre Embleme. Ah, da haben wir einen Umschmiedestein. Er ist ab Stufe 26. Und das ist eigentlich gut, Leute. Wir bekommen ab Stufe 30 einen mysteriösen Umschmiedestein. Gehen wir weiter, Stufe 36. Ihr seht, man bekommt sehr viel Hilt. Und da bekommen wir nämlich einen legendären Edelstein Rang 2. Und was hier aber gut ist, ja gut, das kann mit einem legendären Edelstein Rang 5 niemals mithalten, aber erhöht die Chance, magische Gegenstände zu finden um 10%. Ich trage gerade Edelsteine, so gesehen, die nur 5% erhöhen. Das ist das, seht ihr? Einmal bekommen wir hier legendären Edelstein. So, dann, Leute, wenn wir nach unten gehen, zu den Aufgewerten, was natürlich kostet. So, da bekommt ihr sofort natürlich die ganzen Skins und hier sofort ein Edelstein. Die Chance, magische Gegenstände zu finden um 10%. Da haben wir schon mal noch 10%. Das heißt, 20% hätte ich nicht schon mal. Dann bekommt ihr das hier. Das ist gut für Reliquia der Hölle. Für die Bosse. Wobei wir auch einen neuen Boss haben, aber der mega schwer ist, Leute. Hier, kriegt ihr echt viel davon, plus Anwärterschlüssel bekommt ihr. Also, wie ich finde, aufgewertet lohnt sich eigentlich ein bisschen mehr für die Leute, die farmen und looten wollen. Das benutze ich nicht. Entdeckt Chat Emoji. Schon wieder hier, wie ihr seht, für Reliquia der Hölle und Anwärterschlüsse. Für E-Bahn-Fahrts Heiligtum finde ich sehr gut. Also, bekommt man sehr viele legendäre Embleme unten, wie man sieht. Sehr viele Embleme, sehr viele legendäre Edelsteine. Plus natürlich diese Emotikunst, geschockt, benutze ich nie. Und Edelsteine bekommt man auch. Wie ihr seht, schon erhöht die Chance im Magistischen Gegenständen 5%. Das ist normal. Aber, bei diesen Edelsteinen, die ihr jetzt bekommt, Leute, ist es auf 10%, was ich echt gut finde. Und ganz zum Schluss bekommt ihr natürlich dieses Accessoire. Diesen Skill. In diesem Sinne, Leute, lasst mir doch ein Like da und abonniert doch diesen Kanal. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir unten in die Kommentare. In diesem Sinne frage ich euch, kauft ihr das, kauft ihr nichts? Unterstützt ihr die Abde-Mortal, die sehr viel Umsatz generieren, wochenlang? In diesem Sinne, Leute, ciao, ciao.